Ein Orgasmus kann grundsätzlich jeder lernen zu erleben. Hallo, ich habe soeben ein Video gedreht über was ist ein Orgasmus, welche Phasen gibt es da, was ist der Unterschied zwischen orgastischer Entladung und einem tatsächlichen Orgasmus. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich würde euch raten, auf jeden Fall erst das Video anzuschauen, bevor ihr das hier anschaut, weil es einfach die Basis ist, auf die ich nicht noch einmal wirklich eingehen werde, sondern ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr das erste Video gesehen habt. Das braucht ihr nämlich. Vielleicht sage ich noch kurz, ich bin Lara, ich bin Sexologin und ich berichte euch hier Dinge, die ich gelernt habe und die ich auch im Beraten immer wieder neu lerne oder kennenlerne. Dieses Video ist für dich, wenn du noch nie einen Orgasmus erlebt hast, bisher, also wenn du bisher noch keinen Orgasmus erlebt hast, also noch nicht weißt, wie sich das anfühlt in deinem Körper und noch nicht gelernt hast, einen Orgasmus zu erleben. Wenn ich sage, noch nicht gelernt hast, dann sage ich das ganz bewusst, denn ein Orgasmus kann grundsätzlich jeder lernen zu erleben. Es ist wirklich mini, mini, minimal selten, mir ist es noch nicht über den Weg gelaufen, dass jemand tatsächlich körperlich keinen Orgasmus erleben kann. Das heißt, es ist eine sehr große Chance, dass du, wenn du nichts neurologisch krasses Thema hast, von dem du dann wahrscheinlich auch längst weißt, dann hast du die Fähigkeit, einen Orgasmus zu erleben. Also ich denke, es ist auch beruhigend für alle zu hören, die irgendwie denken, oh Gott, ich bin nicht normal, ich habe noch keinen Orgasmus erlebt, ich check das nicht, kann ich das überhaupt erleben, bin ich, was ist los mit meinem Körper? Es ist nichts los mit deinem Körper, du hast es einfach noch nicht gelernt zu erleben. Und du kannst es erleben. Wenn ich sage lernen, dann ist es vielleicht erst mal komisch, weil so von Freundinnen oder von Bekannten oder von allem Möglichen hat man nicht den Eindruck, dass man Orgasmus zu bekommen lernen muss. Man denkt irgendwie, jeder kann das einfach. Aber es sind einfach Lernerfahrungen, die im Laufe der Zeit, also von Kindheit an gemacht werden und die dann dazu führen, dass du es auch einfach irgendwie kannst, weil du ganz viel aber vorher gelernt hast. Und manche Menschen haben diese Entwicklungsschritte nicht erlebt oder nicht in dem Maße erlebt, sodass sie eben jetzt als Erwachsene oder als Jugendliche da sitzen und denken, hä, warum passiert das bei mir nicht einfach automatisch? Also was für Lernerfahrungen du quasi womöglich nicht gemacht hast und die du nachholen müsstest, könntest, um jetzt einen Orgasmus zu erleben, sind so Dinge wie, erst mal relativ einfach in dem Sinne, dass du vielleicht gar nicht so viel Wissen hast über dich und dein Genital, ob es jetzt ein Penis oder eine Vagina ist, deine Vulva und so weiter. Also womöglich fehlt dir Wissen darüber. Wir brauchen Wissen über uns und unseren Körper, einmal das kognitive Wissen, aber auch das Wissen in dem Sinne, dass wir Erfahrungen mit unserem Körper machen und dann lernen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an und auch, wie steigere ich meine sexuelle Erregung. Das heißt, was du nachholen kannst jetzt ist, tatsächlich hol dir Bücher über dein Genital, also wenn du eine Frau bist, hol dir Bücher über das weibliche Geschlechtsorgan, über das weibliche Genital, wenn du ein Mann bist. Das ist aber selten so, aber kann sein. Dann hol dir Bücher zu deinem Genital. Also schaut YouTube-Videos an von, am besten von mir, aber von Quellen, denen ihr wirklich vertrauen könnt. Eignet euch erst mal einfach kognitiv Wissen an über euren Körper, über eure Geschlechtsorgane, auch darüber, was ein Orgasmus ist. Also wenn du jetzt das erste Video schon gesehen hast, perfekt. Da hast du schon einen Schritt getan, um selber ein Orgasmus zu erleben. Dann schau dir an deine kognitiven Hindernisse, die du vielleicht hast. Also vielleicht Glaubenssätze, die du im Kopf hast, die dich daran hindern, einen Orgasmus zu erleben. Das kann sowas sein wie, Orgasmus bedeutet Kontrollverlust. Ich habe Angst, meine Kontrolle zu verlieren. Es kann sowas sein wie, es ist nicht okay, Sexualität zu genießen. Also ich kann hier auch wieder nur ansatzweise Dinge euch sagen, weil sonst kann ich hier drei Stunden sprechen und müsst euch auch in der Beratung haben, um das wirklich zu bearbeiten. Aber wenn ihr selber so reflektiert seid, dass ihr so ein bisschen tiefer gehen könnt, dann schaut euch eure Glaubenssätze, eure Gedanken zum Thema Orgasmus an, eure Gedanken zum Thema mein eigener Körper, eure Gedanken und Einstellungen zum Thema Kontrollverlust, solche Dinge. Da kann auch schon oft ganz viel Lösung drinstecken, wie ihr näher an einen Orgasmus kommt, indem ihr eben diese Glaubenssätze auch verändert, bewusst. Dann schaut euch euren Körper an, wenn ihr euch sexuell erregt, ob ihr euch jetzt selbst befriedigt oder ob ihr mit einem gegenüber seid. Menschen, die einen extrem hohen Muskeltonus haben, also eine hohe Anspannung, denen fällt es manchmal schwer, einen Orgasmus zu erleben. Weil im Grunde müsst ihr euch das so vorstellen, die spannen während der Erregung immer mehr an, also immer, immer, immer mehr an. Und irgendwann sind die so angespannt und sind vielleicht kurz vor dem Orgasmus, aber sie spüren, sie bräuchten jetzt noch mal mehr Anspannung, um zum Orgasmus zu kommen. Und sie können das einfach körperlich nicht machen. Also das heißt, es ist einfach von vornherein schon so viel Anspannung da, dass dieser, es geht dann nicht mehr. Man kann nicht da drüber gehen. Das heißt, ein bisschen zu spielen mit Entspannung, mehr Entspannung und Bewegung reinzubringen. Dann kann ein Thema auf jeden Fall sein, wie sehr ihr fokussiert seid auf den Genuss eures Gegenübers. Also seid ihr wirklich bei euch und eurem Genießen oder seid ihr bei dem des Gegenübers? Wenn du jemand bist, der total beim Gegenüber ist, dann wird es schwer sein für dich, einen Orgasmus zu erleben, weil ein Orgasmus braucht auch die Fähigkeit, bei dir zu sein und deinen Genuss zu wollen und deinen Genuss zu leben. Noch kurz zur primären Anorgasthen nennt man das. Das ist eben jemand, der noch nie einen Orgasmus erlebt hat. Da ist es eben so, dass man noch keine orgastische Entladung erlebt hat. Aber man kann sexuelle Erregung wahrnehmen. Das heißt, ihr habt höchstwahrscheinlich schon erlebt, dass ihr erregt seid. Vielleicht seid ihr auch sehr erregt, wenig erregt, mittelerregt. Aber ihr kommt eben nicht über die Schwelle bisher. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Video abgebrochen ist. Ich hoffe, ich habe ja nicht zu spätes gemerkt. Jedenfalls, was nochmal, ich weiß nicht, ob es gut genug rüberkam, aber nochmal das Thema Kontrolle auch anzuschauen. Wie sehr kann ich Kontrolle abgeben? Wie wohl fühle ich mich, einen Kontrollverlust auch zu erleben? Es ist ja ein kleiner Kontrollverlust, kann man schon so sagen, weil es eine reflektorische, unwillkürliche Reaktion des Körpers ist, ist man in dem Moment ja nicht in der Kontrolle. Man hat die Kontrolle da nicht. Also da dieses Thema auch noch anzuschauen und dann tatsächlich auch darüber zu gehen, dich einfach besser kennenzulernen. Also dein Körper und das, wie du dich berührst und wie du deine Erregung steigerst, zu üben und zu lernen mit dir selber. Also wirklich jeden Abend oder alle zwei, drei Abende ein bisschen an dir herumzuprobieren mit ganz viel Geduld und eben viel Bewegung, dich mehr zu berühren, zu sehen, was dir gefällt und ob du das lernen kannst, zu steigern. Und wenn du sehr motiviert bist und du denkst, dass du das kannst, dann kannst du das bestimmt auch alleine für dich alles ausprobieren. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine Beraterin oder eine Sexualtherapeutin zu suchen in deiner Gegend und ein paar Stunden mit dieser Person, ja, also erstmal mit dem Anliegen da hinzugehen und dann zu sehen, ob ihr da zusammen daran arbeiten könnt. Also nochmal zum Festhalten, du kannst einen Orgasmus erleben, du musst es einfach noch lernen und je mehr Liebe und Zuneigung du deinem Körper und diesen Lernschritten entgegenbringst, desto einfacher wird es für dich sein, einen Orgasmus zu erigen. Also viel Glück und Spaß beim Üben. Es kommt alles mit der Zeit. Mach dir keinen Stress. Es ist schwierig, gerade in der Gesellschaft heutzutage, wo es immer noch sehr, also es verändert sich auch wieder ein bisschen, aber es ist alles immer auf Orgasmus, Orgasmus. Jeder spricht vom Orgasmus und es ist immer so die Idee, dass das das Ziel sein müsste von Sexualität. Aber erstens, es ist nicht das Ziel. Der Weg ist tatsächlich in diesem Fall das Ziel. Alles, was du genießen kannst vor dem Orgasmus, beziehungsweise was du genießen kannst, was nicht der Orgasmus ist, das ist deine Sexualität und das ist wunderschön und lass dir da nichts irgendwie anderes sagen. Und wenn es jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist, dann übst du und versuchst es weiter. Okay. Macht's gut.